Wir sind bei den Darajat in der Akhira, da stehen geblieben, also die Rang-Einstufung der Menschen, Tag der Auferstehung. Wir hatten vier Gruppen und Kategorien genannt, wenn ihr euch noch erinnert. Jedenfalls waren wir stehen geblieben bei einer Person, die die grundlegenden Elemente des Imams verwirklicht. Wie ihr vielleicht wisst, hat der Imam mehrere Rangstufen, also was das Urteil dieser verschiedenen Rangstufen betrifft. Wir haben einmal das Minimum. Das Minimum des Iman, d.h. das muss erfüllt werden, um überhaupt im Kreis der Muslime aufgezählt werden zu können. Dazu gehört es, den Inhalt des Glaubensbezeugnis, la ilaha illallah, muhammad rasulullah, diesen zu erfüllen. Der Inhalt bedeutet also den Einheits-, den Monotheismus, den Eingottglaube, so wie er im islamischen Weltbild eben aufgefasst wird, zu verwirklichen. Politheismus mit allen Facetten zu meiden. An die Gültigkeit der Botschaft des Propheten Muhammad s.a.w. Glauben und ihn in einem Minimum zu befolgen. Damit hat man das Minimum des Iman erfüllt. Das nennt man Aslul Iman, also Grundlage des Iman. Dann gibt es etwas, was über dieses Minimum hinausgeht. Das nennt man Al-Kamalul Wajib. Es ist eine Form der Vervollständigung des Imams, die aber auch verpflichtend ist. Also wenn wir von Vervollständigung oder Vervollkommnung reden, heißt es nicht immer, dass es erwünscht ist. Eine Vervollkommnung kann verpflichtend sein. Zu der Vervollkommnung des Imams gehört es, also die Pflichtvervollkommnung, der Pflichtteil, sämtliche Muharramad, also Sünden, zu unterlassen und die Pflichten zu erfüllen und an das zu glauben, was man mitgeteilt bekommt von der Botschaft des Propheten s.a.w. was man vorher nicht wusste. Denn der Iman, die Inhalte des Imams, die Glaubensinhalte, es ist nicht immer für jeden einzelnen Menschen verpflichtend zu wissen, aus was sie bestehen. Jemand, ein ganz einfacher Mann, der beispielsweise nicht den Koran gelesen hat oder die Sünde des Propheten s.a.w. nicht gelesen hat, für ihn ist es natürlich nicht zu verpflichtend, an etwas zu glauben, worüber er nichts gehört hat oder gelesen hat. Aber sobald er es erfährt oder liest, muss er daran glauben. Ein Qadi muss natürlich mehr wissen als ein einfacher Laie. Das heißt, die Pflicht der Menschen in Bezug auf die Glaubensprinzipien oder Glaubensinhalte ist immer individuell unterschiedlich. Jedenfalls wird aber den Aslul-Iman, also dieses grundlegende Minimum des Imams verwirklicht, sämtliche großen Sünden vermeidet und so weit wie möglich die Pflichten erfüllt. Und der nur ab und zu mal einen Ausrutscher hat und hier und da gewisse Sünden praktiziert, also ich rede nicht von den großen, sondern von den kleinen Sünden, auf die er aber nicht verharrt, den kann man zu den Ashab-ul-Yamin oder den Al-Muqarrabun zählen, die wir das letzte Mal auch nennen. Ashab-ul-Yamin, die Leute der Rechten und die Al-Muqarrabun, die Allah Ta'ala Nahestehenden. Je nachdem im Bezug, also das ist abhängig dann von seiner Gewissheit, seiner Überzeugung, seiner Erkenntnis und so weiter. Dann haben wir die zweite, das hatten wir, also die erste Rangstufe haben wir letztes Mal schon besprochen. Kommen wir heute zu der zweiten. Und zwar wäre eine Kabira, das heißt eine der sogenannten Kapitalverbrechen, ich nenne sie wie gesagt so, die großen Sünden begeht oder eine Säule des Islams unterlässt. Eine Säule des Islams zu unterlassen ist eine große Sünde, aber die haben etwas mehr Schwergewicht. Sie sind halt nochmal schwergewichtiger als sonstige Sünden. Ausgenommen natürlich von der ersten, der ersten Säule. Das heißt, das Glaubensbekenntnis, wenn das fehlt, fehlt der Islam vom Grund aus. Aber alle anderen gehören zu den Sünden, mit denen der Islam dennoch bestehen kann. Bei dem Gebet ist halt umstritten, ob jemand, der nicht betet, zum Islam gehört oder nicht. Also der das Gebet komplett und gänzlich unterlässt. Aber es ist nicht so, wie einige darüber sprechen. Also einige sprechen so darüber, das lässt anmuten, als ob es hierin gar keinen, gar keine Meinungsverschiedenheit gäbe unter den Gelehrten. Das ist aber nicht der Fall. Das ist tatsächlich umstritten und schon sehr früh. Deswegen sagt Al-Lala Ka'i, Hibatullah Al-Lala Ka'i, einer der Gebeten der Ahl-Sunnah in seinem Buch, Er sagt darin, es ist eine Schande, eine Schande für den, der nicht betet, also der die Gebete komplett unterlässt, dass die Gedanken des Islams uneinig über ihn sind, ob er überhaupt Muslim ist oder nicht. Das ist eine Schande. Das heißt hier, was ich dann mit dieser Aussage sagen will, Al-Lala Ka'i's Aussage deutet, dass es eine umstrittene Sache ist. Keine Sache, in der es den Konsens der Gelehrten gibt. Naja, jedenfalls jemand, der eine große Sünde begeht oder eine Säule des Islams unterlässt und diese dann auch aufrichtig und ehrlich bereut, ist wie jemand, der keine Sünde begangen hat. Das ist wie ein gewaschenes Stück Kleid, das man verschmutzt war. Nach der Waschung ist es wieder sauber. Wenn er aber ohne diese Taube versterben sollte, ohne diese Sünde aufrichtig, ich betone aufrichtig, aufrichtig bereut hat, weil du kannst etwas bereuen, aber nicht aufrichtig. Das ist dann keine akzeptable Form der Reue. Was eine aufrichtige Reue ist, das werden wir auch noch erwähnen. Wenn er aber wie gesagt ohne diese Taube, ohne dieses Bedauern und die Reue verstirbt, dann schwebt er in Gefahr. Denn es kann durchaus passieren, dass dieses Verharren auf den Sünden eine Ursache dafür ist, dass seine Überzeugungen, sein Iman in den letzten Momenten seines Lebens ins Wackeln kommt und er seine Überzeugung verliert. Oder dass sein Leben abgeschlossen wird in einer üblen Form. Und deswegen sagt der Prophet Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam, innama al-A'malu bikhawatimiha. Die Taten zählen entsprechend ihres Endes. Also so wie dein Leben abgeschlossen wird, so wird es wieder eröffnet. Wenn dein Leben abgeschlossen ist, ist dein Buch zu Ende geschrieben, deine Lebensgeschichte zu Ende und am Tag der Auferstehung wird das letzte Kapitel aufgeschlagen. Daher sagt auch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in einem Hadith, der ganz interessant ist. Dieser Hadith zeigt eigentlich, wie schnell der Mensch fallen kann oder siegen kann und wie nah dem Menschen das Paradies sowohl als auch die Hölle gelegen ist. Er sagt in einem Hadith, der Mensch in einem Hadith, la ya'malu al-amala min ahli al-jannah. Das ist ein Hadith von Ibn Mas'ud in Sahihain. Es kann durchaus vorkommen, dass ein Mann oder ein Mensch Taten bewerkstelligt, die zu den Taten der Paradiesbewohner gehören. Das heißt zu den Taten, die dazu hinführen. Dann wird aber sein Tatenregister abgeschlossen. Also es bleibt zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine Armspanne. Nur noch eine Armspanne. Und dann wird sein Leben abgeschlossen mit einer verwerflichen Missetat und er zählt zu den Leuten des Feuers. Nur ein Schritt hat noch gefehlt. Aber auch umgekehrt. Es kann sein, dass jemand Taten praktiziert, die zu den Taten der Ahl-un-Nahr gehören. Also auch wieder Taten, die da hinführen. Deswegen nennt man sie auch. Und es ist nur noch eine Armspanne. Und er bewerkstelligt etwas Gutes, Aufrichtiges, Ehrliches, mit voller Überzeugung. Dann wird sein Tatenregister abgeschlossen mit den Taten der Paradiesbewohner. Er tritt in das Paradies ein. Das heißt, das Paradies, sowohl als auch die Hölle, dieser Ausgang ist, sie laufen nebeneinander. Einen von beiden wirst du, also dein letzter Schritt wird entweder hier enden oder hier enden. Aber sie sind so nebeneinander, benachbart. Al-Razali erwähnte eine Sache, die hier auch mit dem Ende des Menschen zu tun hat, die auch sehr interessant ist. Das hat nicht unbedingt jetzt mit diesen Sünden zu tun, die wir gerade erwähnen. Aber es ist eine Form der Sünde, und zwar die Ketzerei. Und mit Ketzerei ist gemeint, von dem sogenannten Rechtsglauben abzuweichen. Vom Rechtsglauben abzuweichen. Ich meine mit dem Rechtsglauben, der Aqida der Ahl-Sunnah und der Yama'ah, davon abzuweichen, unbewusst oder bewusst. Bewusst ist es meistens nicht. Meistens geschieht es eher unbewusst. Er sagt, dass diese Fehltritte in den Glaubenseinstellungen eine Ursache dafür sein können, dass man am Ende seines Lebens komplett abschweift. Und zwar aus dem Grund, er sagt, mit dem Tod, also sobald der Mensch verstirbt, lösen sich für ihn einige Schleier. Und er sieht die Dinge in ihren Realitäten oder zumindest einige davon. Das heißt, wenn er in gewissen Dingen vom Rechtsglauben abgewichen war und am Tod lösen sich für ihn einige Schleier und erkennt, dass er falsch lag, und das ist eine sehr brenzlige Situation. Diese letzten Momente sind für den Menschen sehr brenzlig und er ist verwirrt und verstört. Und dann kann es durchaus passieren, dass er Dinge anzweifelt, die eigentlich für ihn wahr waren, weil er war ja fest überzeugt von dieser Sache, von dieser Ketzerei, ich nenne sie die Ketzerei, die Bid'a im Deutschen, und sieht nun, dass er falsch war. Und das kann eine Reaktion auslösen, dass er dann auch noch Dinge anfechtet oder anzweifelt, die eigentlich gar nicht anzweifelbar sind, in denen er eigentlich auf dem Rechten war. Naja, und besonders betroffen sind davon Menschen, denen ihr Glaube reiner Takhlid ist. Takhlid bedeutet, es ist sowas wie ein blindes Befolgen. Sie wachsen in ihrem Glauben auf, nicht aufgrund von Erkenntnis oder nicht aufgrund, weil sie wirkliche Überzeugungen, es ist einfach Takhlid. Also er ist so aufgewachsen, hat das so übernommen, hat sich nie damit beschäftigt, kann seine Standpunkte nicht verteidigen, das nennt man Takhlid. Der Iman einer solchen Person ist gültig, aber es geht darum, dass diese Menschen sehr anfällig für sowas sind. Daher sagt auch der Prophet, er erwähnte dieses Beispiel in dem Hadith, in dem es darum geht, dass der Mensch, sobald er in sein Grab gesetzt wird, dass er abgefragt wird. Und wer ist dieser Mann, der zu euch geschickt worden ist? Das Interessante ist, diese Fragen wirst du nicht nur mündlich beantworten. Deine Taten werden für dich sprechen. Deine Taten werden für dich sprechen. Also wenn ich dir jemanden frage, wer ist dein Herr? Wisst ihr, was Herr heißt? Arab bedeutet, das ist derjenige, den du angebetet hast. Das ist derjenige, den du gerühmt, den du geehrt hast, den du dich untergeordnet hast, den du verherrlicht hast. Wenn das nicht der Fall war, wenn das nicht wirklich der Fall war, oder das Wort Ad-Din, Ad-Din ist ein System, dem du unterlegen bist. Ad-Din sind Gesetzmäßigkeiten, die du akzeptierst und befolgst. Das bedeutet das Wort Ad-Din. Wirklich sprachlich ist Ad-Din, Ad-Ta'ab al-Khulur. Das ist das Wort Ad-Din in der Sprache. Ad-Din, das Gehorsam, die Unterwerfung. Wenn du nicht dem Islam unterworfen bist, ihm Gehorsam bist, wirst du auch nicht antworten, mein Ad-Din ist der Islam. Deine Taten werden für dich sprechen, nicht deine Zunge. Jedenfalls diese drei Fragen, er sagt, das ist der interessante Punkt, der Prophet sagt, und dann wird es eine Form von Menschen geben, er wird sagen, er wird sagen, Ich weiß nicht, die Menschen pflegten etwas zu sagen, und ich habe es einfach mitgesagt. Das ist dieser Al-Muqallid, der keine Erkenntnis, kein Wissen hat, keine Überzeugung hat. Er ist einfach nur ein Mitläufer. Na. Das ist eine Sache für sich. Dann spricht er hier über die sogenannten An-Na-Jun. Die An-Na-Jun hatte ich übersetzt als die Erretteten im letzten Darst. Und ich hatte gesagt, die An-Na-Jun, diese Erretteten, das sind diejenigen, die weder Plus haben noch Minus haben. Und sowas ist eigentlich schwer vorstellbar. Und deswegen zählt er hier zu dieser, also er definiert sie erstmal, ich erwähne nochmal die Definition, das sind die Menschen, die keinen Dienst geleistet haben. Die haben keinen Dienst geleistet. Wenn sie keinen Dienst geleistet haben und nichts vernachlässigt haben, wie kann es sein, dass sie nicht im Minus sind? Erzählt dazu Menschen, die keine Zurechnungsfähigkeit haben, die verstorben sind, bevor sie das Alter der Zurechnungsfähigkeit oder die Eigenschaften einer zurechnungsfähigen Person gewonnen haben, wie zum Beispiel ein geistesgestörter. Kinder, die verstorben sind, bevor sie das Alter der Zurechnungsfähigkeit erreicht haben, die gestorben sind, seien sie Kinder der Muslimen oder Kinder der Kuffar. Geistesgestörte, Menschen, die nichts von der Botschaft des Islams mitbekommen haben. Menschen, die irgendwie eingeschränkt waren, beispielsweise taube, stumme Menschen oder geistig schwache Menschen. Erzählt all diese Formen zu den An-Na-Jun. Dann die Fa'ison, die Gewinner. Das erübrigt sich eigentlich dann zu erklären, wer diese Menschen sind. Gehen wir weiter zu einem nächsten Thema, das ist äußerst wichtig. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Einteilung in Kabayen und Sorayen und wisst noch, wie was definiert wird. Nur sind diese Eigenschaften keine beständigen Eigenschaften. Was heißt das? Das heißt, eine kleine Sünde kann heranwachsen zu einer großen, je nach den Begleitumständen. Nach den Begleitumständen, wie sie praktiziert wird, wie sie getan und ausgeübt wird, kann sie zu einer großen Sünde heranwachsen. Genauso kann eine große Sünde zu einer kleinen Sünde werden, von den Begleitumständen betrachtet. Er nennt hier sechs oder sieben Ursachen, durch die eine kleine Sünde zu großen wird. Und natürlich diese Ursachen, wenn wir sagen, eine kleine Sünde wird zu großen, wegen diesen Begleitumständen, dann wird eine große Sünde noch größer wegen ihr. Wenn eine große Sünde in diesen Umständen und Verhältnissen praktiziert wird, wächst sie zu einer noch schlimmeren an. Das erste davon ist, darauf zu verharren. Darauf zu verharren, wie verhadert diese Sünden praktizieren, davon nicht ablassen. Und wisst ihr, was verharren heißt? Das ist auch so eine Frage. Verharren bedeutet, die Sünde zu machen und die Absicht zu hegen, sie wiederzumachen. Das ist verharren. Die Absicht zu hegen, sie immer wiederzumachen, auch wenn er sie nicht macht. Das nennt man das Al-Israr. Es wird überliefert in ein Hadith von Ibn Abbas, der dem Propheten zugeschrieben wird. Es ist aber eine Aussage von Ibn Abbas. Also das wird überliefert, einmal als Aussage des Prophetens über Ibn Abbas und einmal als Aussage des Ibn Abbas selbst. Und dieser Rewire ist authentisch. Das nennt man Al-Maukuf. Darin sagte er, er sagte, Es gibt keine kleine Sünde mit dem Israr, mit dem Verharren auf einer Sünde. Das Verharren auf einer kleinen Sünde macht sie zu großen Sünden. Und hier sollten wir eine Sache wissen. Und zwar die Vergebung einer großen Sünde, die Vergebung einer großen Sünde, die aufgehört hat, also die Stadt gefunden hat und der nicht ihresgleichen gefolgt ist, ist eher zu erhoffen, als die Vergebung von kleinen immer wieder aufeinanderfolgenden Sünden. Und das Beispiel dafür, das Gleichnis dafür ist wie, also der Schaden, den eine immer wieder aufeinanderfolgende kleine Sünde anrichten kann, ist wie, wenn du für längere Zeit einen Tropfen Wasser auf dem Stein oder auf dem Fels oder auf dem harten Boden tropfen lässt, irgendwann wird der Abdrücke hinterlassen. Wenn du aber die gleiche Menge Wasser auf einmal draufwerfen würdest, würde da vielleicht nichts passieren. Und deswegen sagt auch der Prophet, und das gilt auch umgekehrt für das Ausführen von Taten, Es ist besser, dass du für längere Zeit kleinere Taten vollbringst, als dass du einmalig etwas Großes machst und dann aufhörst. Wie das oft der Fall ist, wenn man mal etwas Enthusiasmus hat, etwas zu starken, und man fühlt sich gedrängt, etwas zu tun. Man will unbedingt etwas machen, dann macht man etwas und überschöpft sich so sehr, dass man schnell wieder aufhört damit. Davon hast du nichts. Und die Menschen haben nichts davon. Würdest du aber eine kleine Tat, die dich nicht so stark belastet, für längere Zeit, durchgängig praktizieren, wäre es für dich besser. Daher sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in einem Hadith von Aicha, er sagte, Die liebsten Taten bei Allah sind die, die beständig sind, selbst wenn es wenig ist. Selbst wenn es wenig ist. Das ist eine der Ursachen. Zweite Ursache, weshalb kleine Sünden zu großen heranwachsen, das ist, wenn man sie geringschätzt. Wenn du Kleinigkeiten, also du tust diese Sünden, betrachtest sie als Kleinigkeiten, als etwas, was man nicht so auf die schwere Schulter nehmen sollte. Etwas, worum man sich nicht unbedingt große Sorgen machen sollte. Das nennt man Alistis Raal, also Kleinschätzen dieser Sünden, das macht sie auch zu großen Sünden. Und auch umgekehrt, wenn der Diener eine Sünde, wenn der Mensch eine Sünde praktiziert und sie als etwas Schweres, Unakzeptables betrachtet, sie als etwas, ja, Schwerwiegendes sieht, werden sie zu Klein sind bei Allah. Und daher sagt Ibn Mas'ud, er sagte, der Mu'min sieht seine Sünden wie ein Berg, der über ihn schwebt, der jederzeit auf ihn niederstürzen kann. Er hat diese Furcht. Wobei der Mu'min, der Mu'min, der Mu'min wirkt, das ist der Heuchler, der seine Sünden, der sieht seine Sünden, egal wie groß sie sind, wie eine kleine Fliege, die ihn belästigt und die er mit einer Handbewegung fortjagt. Eine Sünde wird nämlich deswegen groß in deinem Herzen, also du erachtest sie als etwas Gewaltiges, Schweres, etwas, was man nicht mit Leichtfertigkeit annehmen darf, wenn du entsprechend der Verherrlichung Allah Ta'ala, die du in deinem Herzen hast, entsprechend der Glorie, die du für ihn in deinem Herzen trägst. Und deswegen sagte einer der Salaf, Bilal ibn Sa'id, er sagt, schau nicht auf die Winzigkeit der Sünde, aber schau darauf, wem du ungehorsam bist. Auch in einem Hadith von Anas, der bei Bukhari überliefert wird, er sagte, ihr begeht Taten, die für euch feiner sind oder winziger sind als ein Herrchen. Wir in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, erachteten sie als zerstörerische, ruinöse Taten. Drittens, der dritte Grund, warum eine Sünde zur großen, schweren Sünde wird, ist, dass man sie mit Freude und Glück praktiziert, dass man sich daran erfreut und Glück hat, sich damit selbst lobt oder prahlt. Wenn er zum Beispiel sagt, hast du gesehen, wie ich, wie ich, wie ich, wie ich seine Ehre beschmutzt habe, ich meine mit Ehre beschmutzen, wie zum Beispiel Verleumden, jemanden Verleumden. Oder siehst du, wie ich ihn, wie ich ihn diese Ware in einem Bucherpreis angedreht habe und verkauft habe. Das Buchern, wir haben schon mal darüber gesprochen, wenn ihr euch erinnert, in einem der vergangenen Unterrichte, dass es gibt keine Definition für Bucherpreise, also wenn es ein Fünftel oder ein Zehntel des normalen Preises übersteigt, das ist abhängig von dem Orf, das heißt von, wie nennt man das, ja, das sind so diese bekannten Preise unter den Händlern und den Fachleuten. Bucherpreise können, es kann aber auch sein, dass ich jemanden etwas abkaufe und eine Form des Buchers betreibe, indem ich den normalen Preis unterbiete. Ich weiß nicht, ob man das im deutschen Buchern nennt oder nicht, das nennt man den arabischen Rabben. Also das normale Buchern ist ja, das, was wir so kennen, du verkaufst mir beispielsweise ein Auto, das kostet nur 2000 Euro, aber du drehst mir das an und verkaufst mir das für 10.000. Das ist das, was wir unterbuchen können. Aber auch umgekehrt kann es passieren. Daher sagte der Prophet s.a. la talaqqau al-jalab la talaqau al-jalab wa man talaqau fa idha atasayyiduhu suqfa hua bil khiyyad das bei Muslim überliefert. Er sagte, empfangt nicht die al-jalab. Al-jalab das sind diejenigen, also in der damaligen Zeit, diejenigen, die Beduinen und so weiter, die in die Städte mit Waren kommen. Die kommen mit Ware, um sie in der Stadt zu verkaufen. Weil der Prophet s.a.w. sagt, empfangt sie nicht. Was heißt das, empfangt sie nicht? Also geh nicht raus aus der Stadt und such die Leute auf. Du siehst, er möchte hierher kommen in die Stadt. Du empfängst ihn aber schon vorher, nimmst ihm die Ware ab für einen untertriebenen Preis. Er weiß nicht, wie viel das in der Stadt kostet. Und du bietest ihm etwas an, nimmst das von ihm ab und gehst dann in die Stadt und verkaufst das dann für die normalen Preise. Und hast eine Form der Bucherei betrieben. Und deswegen sagt der Prophet s.a.w. Wenn dieser Verkäufer dann in die Stadt kommt und sieht, dass er betrogen worden ist, das heißt, er hat die Ware für einen viel zu günstigen Preis verkauft, dann hat er den Khiyar. Al-Khiyar heißt, er kann zu dem Käufer hingehen und sagen, hier gib mir meine Ware zurück und nimm dein Geld. Oder wenn der die Ware verkauft hat, entschädigt er ihn. Das nennt man Al-Khiyar. Naja, jedenfalls die dritte Sache ist, wie gesagt, damit zu prahlen, angeben, das zu erwähnen, damit zu stolzieren. Viertens, dass man die die Verdeckung Allah Ta'alas und seine Milde gering schätzt. Was heißt das? Das heißt, er achtet das nicht als eine Barmherzigkeit Allah Ta'alas, dass er ihn verdeckt hat, dass er sein Fehl sein Fehl tun verdeckt hat vor den Menschen, dass er ihn geschützt hat vor ihren Blicken oder vor ihrem Wissen und seine Milde, dass er ihn nicht bestraft, nicht schon voreilig bestraft, sondern ihm Aufschub gewährt, dass er das alles ausnutzt und gering schätzt. Das macht eine Sünde auch zur großen Sünde. Fünftens, die fünfte Sache, das ist ähnlich wie die vierte, also er hat es getrennt, ich habe es zusammen erwähnt, und zwar, dass man diese Sünden in Anwesenheit anderer Menschen praktiziert, Anwesenheit, Menschen in der Öffentlichkeit, weil man muss bedenken, das hat eine negative Auswirkung auf die Gesellschaften. Sünden öffentlich zu praktizieren, Sünden sind ansteckend und wenn sie öffentlich praktiziert werden, kann es den einen oder anderen dazu verleiten, Ähnliches zu tun, besonders dann, wenn dagegen nichts getan wird. Daher wird in den Sahihain überliefert, dieser Hadith, den wir schon mehrmals auch zitiert haben, in dem der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, meine Ummah ist begnadet außer den Al-Mujahirin, Al-Mujahirin, das ist der, der seine Sünde unverblümt öffentlich ohne irgendwelchen Scham praktiziert. Die sechste Sache hier, also das, was er hier als Punkt 6 erwähnt, ist prinzipiell okay, aber das Beispiel, was er erwähnt, da habe ich einige Probleme mit. Er sagt hier, dass die Sünde von jemandem praktiziert wird, den die Menschen als ein Vorbild oder als eine Vorbildsperson betrachten. Die Sünde wird von jemandem praktiziert, der für die Menschen als eine Vorbildsperson fungiert und den die Menschen tatsächlich auch folgen und nachhaben. wenn diese Person eine Sünde begeht, selbst wenn es eine kleine Sünde ist, wird sie schwerer. Sie gilt für ihn schwerer, weil die Menschen ihn nachahmen werden. Sie werden ihm nachahmen. Vielleicht werden sie, auch wenn er weiß, dass es verboten ist, es kann sein, dass die Menschen aber denken, weil sie von ihm, sie halten ihn für einen besonders frommen Menschen und denken, das muss bestimmt legitim sein, deswegen macht er es und dann machen sie ihm nach. Und dadurch wird das natürlich schwerer und daher sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Wer im Islam eine üble Sunna einleitet, mit der Sunna ist hier gemeint ein Weg, Sunna heißt Weg, wer einen üblen Weg einleitet oder eröffnet, also den die Menschen danach nach ihm begehen, ihm auf seinen Fußstapfen folgen, auf ihn lastet ihre Sünde, also einmal die Sünde, dass er diesen Weg überhaupt geöffnet hat und es praktiziert hat, und die Sünde jener, die nach ihm entsprechend handeln, die ihm darin nachahmen oder die wegen ihm, auch wenn er nicht dazu aufgerufen hat, die wegen ihm ähnliches tun. Und daher eine Vorbildsperson muss natürlich die Sünden auch unterlassen, aber wenn es passiert, dann sollte er zwei Dinge betrachten, also Nummer eins, das Unterlassen davon, Nummer zwei, wenn es passiert, das zu verbergen und zu verdecken und nicht in aller Öffentlichkeit zu tun. Und dann erwähnt er hier ein Beispiel, das ist wie gesagt etwas problematisch, er sagt Ruina, es wird überliefert, dieser Ausdruck Ruina in der Fachsprache deutet darauf hin, dass er selbst diese Überlieferung nicht für akzeptabel hält, also ich meine er sieht sie als eine schwache Überlieferung an, aber selbst das Beispiel hier ist nicht so ganz akzeptabel, ich nenne es mal und dann erzähle ich mal den Grund, erzähle ich euch, warum das nicht so akzeptabel ist. Er sagt, es wird überliefert, dass es einen König gab, einen Herrscher, der die Menschen gezwungen hat, er hat sie gezwungen Schweinefleisch zu essen. Man brachte einen, es wurde ein Alim gebracht, ein Gelehrter, Gelehrter, der Gelehrten sind unter anderem Vorbildspersonen, der wurde, sollte ebenfalls gezwungen werden, man hat den Menschen mit dem Tod gedroht oder mit anderer Folter. Einer der Hilfsleute des Königs hat aber mit dem Alim gesprochen, er sagt, ich habe für dich ein Kalb geschlachtet, ohne dass der König das weiß, und wenn er dich dazu auffordert, dieses Fleisch zu essen, dann is es, es ist kalb weich. Der König hat ihn gezwungen, er hat es aber trotzdem verweigert. Er hat es nicht gegessen, daraufhin sollte er umgebracht werden, und er fragte ihn, der Angestellte beim König, ich habe dir doch gesagt, das ist Kalbfleisch, warum hast du es nicht gegessen? Er sagte, ich wüsste es, also ich hätte gewusst, dass es Kalbfleisch ist, aber die Menschen nicht. Die Menschen hätten gedacht, der ist Schwein, also der hat sich darauf eingelassen. Diese Geschichte mag sich vielleicht so rüber, es sehr aufrüstig ist, dass es etwas Schönes ist, aber das Problem hier ist, der Ikra, also ihr kennt den Ikra, Ikra bedeutet Zwang, Zwang und Nötigung, Zwang und Nötigung, Allah sagt, Außer diejenigen, die gezwungen und genötigt werden, also etwas Verbotenes zu tun, über sie lastet keine Schuld und Last. Und der Prophet sagte, Allah hat meine Ummah vergeben, wozu sie genötigt und gezwungen worden sind. Das heißt, der Zwang ist etwas, das die Zurechnungsfähigkeit des Menschen einschränkt. Aber hier stellt sich die Frage und deswegen habe ich gesagt, dieses Beispiel ist nicht so ganz ohne Probleme. Die verbotenen Dinge, es gibt ja verschiedene mannigfaltige verbotene Dinge, wird alles durch den Zwang legalisiert? Wird alles Mögliche durch den Zwang legalisiert? Und kann es sein, wenn man mal gezwungen ist, eine Sache zu tun, dass es auch deine Pflicht ist, sie zu tun? Das ist hier die und dazu muss gesagt werden, hier gibt es vier Situationen. Es gibt Dinge, die selbst durch den Zwang nicht legalisiert werden. Dinge, deren Verbot selbst durch den Zwang nicht aufgehoben wird, wie zum Beispiel der Mord. Was heißt das? Das heißt, wenn dich eine Person oder wenn jemand eine andere Person zwingt, einen Mord zu vollbringen und wir reden hier von schwerem Zwang, das heißt, er sagt, töte Frulan und Allan oder du wirst getötet und er weiß, dass diese Person das auch praktizieren wird, sie wird ihn auch töten. Dafür die die X Person töten? Nein, darf er nicht. Dein Leben ist nicht mehr wert als das Leben von X. Und wenn du unter dem Zwang betroffen bist, das entschuldigt dich nicht darin oder das legalisiert nicht das Töten und Morden von der Person X. Das ist eine Sache. Das Zweite Dinge, die durch Zwang legalisiert werden. Das heißt, die Verbote, die durch den Zwang aufkommen. Das heißt, es ist gar nicht mehr verboten. Dazu gehören unter anderem die Speise und die Speisevorschriften. Verbotenes Essen, verbotene Getränke wie das Schwein, Kadaver Fleisch, Alkohol. Das ist bei Zwang und bei Nötigung und bei starkem Bedarf, also bei Darura, bei Not, alles legal, oder nicht? Deswegen sagt Allah und er hat euch doch klar festgelegt, was für euch verboten ist, außer das, wozu ihr genötigt seid. Im Hesen eine Regel des Usul, Ausnahmen von Verboten sind Legalisierungen. Wenn ich etwas verboten, von etwas verbotenem etwas ausnehme, ist das eine Form der Legalisierung. Das heißt, beispielsweise, ich sage dir, du darfst kein Auto fahren, außer den Mercedes. Das heißt, Mercedes ist legal. Sahih? hier sagt Allah hat euch klar festgelegt, was für euch verboten ist, außer das, wozu ihr genötigt werdet. Und es ging hier unter anderem um Essen und Getränke Vorschriften. Das heißt, wenn jemand in Hungersnot ist, wenn er in Hungersnot ist, ist das Verspeisen von Kadavern und Schweinen und derartiges legal für ihn oder nicht. Es ist legal. Es ist nicht nur eine Form der Erleichterung, wo wir sagen, es ist zwar verboten, aber umstandsgemäß kannst du es essen. Nein, es ist legal. Jetzt eine Frage. Wenn jemand das Essen und Trinken unterlässt, bis er verhungert und verstirbt, hat er sich versündigt, der Selbstmord begangen, das Selbstmord. Jemand ist jetzt in einer Situation, er hat nur Schweinen zu essen, er isst es aber nicht, bis er stirbt. Versündigt er sich? Er versündigt sich. Und versteht ihr, warum ich jetzt sage, warum dieses Problem mit dem Schweinefleisch in diesem Beispiel nicht akzeptabel ist? Weil diese Person hat gar keine Sünde begangen. Es wäre seine Pflicht, das Schweinefleisch zu essen. Nicht wegen dem Zwang. Dann kommen wir zu Nummer 3. Das sind Taten. Also wir haben gesagt, Nummer 1, Taten, die durch den Zwang nicht legalisiert werden. Was haben wir dann? Taten, die durch Zwang und Not legalisiert werden? Da haben wir noch zwei Kategorien, lass mir kurz überlegen. Ja, sie sagen Nummer 3 Dinge, Aussagen oder Taten, die die durch den Zwang legalisiert werden können, aber man muss sie nicht begehen. Man muss sie nicht begehen. Dazu gehört zum Beispiel, wenn man gezwungen wird, Unglauben zu praktizieren. Unglauben zu praktizieren oder Unglauben zu sagen. Manchmal zwingt eine Person, sich vor einem Götzen niederzuwerfen oder vor einem Bild oder Ausdrücke des Unglaubens zu sprechen. Er darf das in Situationen von Zwang tun, wie in dem Hadith von Ammar ibn Yasir. Ihr wisst, Ammar ibn Yasir seine Familie, sein Vater, seine Mutter und er waren Opfer von Folter und Zwang. Das war ganz am Anfang noch, zur Zeit, also vor der Hijra am Anfang. Seine Mutter wurde getötet durch die Folter und sein Vater ebenfalls, er war der Einzige, der überlebt hat und man hatte ihm gesagt, sag das dein Herr ist. Allah dein Herr ist. Ähnliche Ausdrücke. Und er hat es dann getan. Und er ist zum Propheten gekommen und hat sich bei ihm beklagt über das, was er getan hat. Und dann sagte der Propheten Wie fühlt sich dein Herz an? fühlst du den Iman? Er sagte ja und er sagt der Propheten wenn sie zurückkehren zu diesem Umgang dann kehr du auch wieder zurück. Also mach das wieder. Er hat es ihm erlaubt das zu tun. Das ist der Vers den ich auch vorher zitierte. Aber muss er das machen? Nein er muss nicht machen. Wenn er Widerstand hält und dabei stirbt hat er nicht versündigt er ist ein Märtyrer. Dann haben wir die vierte Situation und zwar Dinge Taten die zwar bei Zwang getan werden dürfen aber die entschädigt werden müssen. Die müssen entschädigt werden. Und das betrifft wenn jemand gezwungen genötigt wird das Vermögen oder hab und gut eine andere Person zu zerstören oder missbrauchen nötigt jemandem das Haus von einer Person anzuzünden davon ausgegangen dass da keine Menschen drin sind bei jedem darf er das tun er darf es tun und wenn er sein Leben damit rettet Leben geht nämlich Geld und Vermögens Gegenständen vor aber es muss entschädigt werden es muss entschädigt werden also es ist nicht wie beim Schwein dass es legalisiert wird wo das Verbot aufkommen wird das Verbot besteht und daher muss es entschädigt aber wer entschädigt der gezwungene oder der der sagt man zwinger ich glaube das falsche wort ja natürlich nicht der gezwungene der ist der opfer das macht der andere naja ja also das ist der grund warum ich dieses beispiel hier nicht so für akzeptabel halten jedenfalls er geht dann weiter mit den bedingungen der tauber was sind die bedingungen der tauber dazu zählte hier einiges auf die machen wir das nächste mal die bedingung der tauber was Her I das was the actually I was I 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 Untertitelung des ZDF, 2020